In Zeiten der Herzlosigkeit und sozialen Kälte leidet der Mensch an einer spirituellen Krankheit, der Gottesdemenz. Ich frage Sie, ist diese Krankheit heilbar und wenn ja, wie? Nur durch Reflexion. Das heißt, auch da soll man sich jeden Tag vor einen Untersuchungsausschuss stellen und fragen, habe ich tatsächlich diesen Tag so gelebt, dass man ihn in ein großes Ganze inkorporieren könnte? Wäre es nicht möglich gewesen, gute Schwingungen, um dieses Beispiel zu verwenden, gute Schwingungen mehr zu erzeugen, als ich das den Tag gemacht habe? Das heißt, das, was Thomas von Kempten, um wieder auf das Buch zurückzukommen, immer wieder auch thematisiert, die Gewissenserforschung, die tagtägliche, die wäre ein Weg, um uns möglicherweise diesem Ziel, das Sie angesprochen haben, näher zu bringen. Das können wir dem Publikum so, wie es ist, weitergeben. Erforschen Sie Ihr Gewissen. Herr Professor Huber, ich danke vielmals für das Gespräch. Auch ich danke Ihnen. Herr Professor Huber, ich danke Ihnen.